Nein. Gibt's da schon, äh, die Vollversion? Nein. Ich weiß bloß, dass er hart dran arbeitet. Hm, hart. Richtig hart. Wenn du verstehst, was ich meine. Ach du Scheiße. Was? Ich sollte vielleicht doch mal ein neues Tor machen. Wieso? Steht er ans Unwünschen? Boah, da stehen sehr viele Leute. Das war mein Tor, du Pfass. Ah ne, stimmt, war ja dein Tor. Ich wollte doch schnell abhauen, aber es ging irgendwie nicht mehr so direkt. Ich mach mal hier eins. Sehr gute Wahrheit. Jetzt wo gerade die Gegner hier raufmarschiert kommen, ein Tor zu machen, sehr gut. Die paar. So, ich geh da nicht runter. Das sind Fernkämpfer, die müsstest du töten, oder? Mach ich doch, ich helf dir doch. Ja, wir waren so alleine und so. Alleine. Du bist ja der mächtige Fernkämpfer mit der Wiesenamten draufklopft. Hast du ja auch anderes denn? Du bist der Tank und ich... Oh nein, das ist schon wieder so ein Boss, der diesen scheiß Blitzring macht. Ja, leck mich. Der war ja ganz einfach. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub beim letzten Mal hatte ich eine stärkere Version von dem Vieh. Alter, ich hab das Ding nicht klein bekommen. Naja, jetzt bin ich auch dabei, ne? Ja, im Prinzip müsste der jetzt noch schwieriger sein, so. Ich hab ein, ein Warrior Bow. Plus 13% Damage, Damage 1 bis 9. Naja. Und was hat er noch? Hit plus 15%. Und ich hab mal wieder nen Dirk gefunden. Ne, ne, lass mal stecken. Okay, lass den Dirk tief in meiner Tasche stecken. Pfff. Dir ist schon klar, dass du den Weg blockierst. Ich schaff den schon. Ja, gleich sind eben so mächtige Gegner da in der Nähe. Gefickt. Dann fick mich nicht, du Schlampe. Oh, da ist schon wieder so ein Boss. Verzeugt mir, als wenn die Blitzgegner töten wird. Komm hier nicht raus. Ich nehm mal dein Portal, ich nehm mal dein Portal. Ich kann's nicht benutzen, weil das Battle Club im Battle ist. Na gut, dann sterbe ich eben nicht. Und schwebe in der Luft. Ich bin so mächtig, ich kann in der Luft schweben. Das ist mir ja bloß 231, die ich hier erstmal verliere. Weiß nicht, will ich dein Portal nehmen? Ich glaub sonst nicht. Kannste auch deins nehmen. Oder ist es weg? Okay. Okay, ich hab noch vier von diesen Dingern, ja. Die ich eh nicht so genau weiß, was ich damit machen soll. Müsst du auch meins nehmen? Dein Portal? Ja. Oder willst du lieber deins nehmen? Ich nehm deins. Komm, sei Mut, ich nehm deins. Feigling. Auch deins, oder? Ja. Äh, meins. Jetzt ist es weg. Das war meins. Jetzt ist es weg. Undeutig. Du hast schon gar nicht Spaß allein, die Schlampe. Hilfe, Hilfe! Du musst doch gleich wieder die Bosse anlocken, ne? Ich bin halt zu heiß. Ich bin gar keine Bosse. Was machst du denn meins Portal auf? Warum? Der Boss ist einfach mein altes Weg, weil... Das war nicht weg. War aber kein Scheiß. War doch noch da, als Lasten. Ja stimmt, aber... Was meins ist das weg? Blockiert war es. Von den Gegnern. Das ist ein Kauarsch. Würdest du bitte mal sterben, du Misty? Peer. Nein. Oh, noch mehr. Ich hab gar nichts gekriegt. Du hast doch nichts gemacht. Wow. Ein Relikt of Identify. Knox, target back. Amulett, Unique Item. Jetzt greifen wir nicht mal an. Noch nen Boss, hey. Gib mir noch nen Unique Item. Komm schon, du Schlampe. Oh, denkst du mir, du hast nen langen Schwanz, ne? Ich hab nen längeren in der... Plus 8, du alte Attribute. Willst du das haben? Guck mal nach. Was denn? Plus 8, du alte Attribute. Ja, Ring. Nein. Ja, gib mal her. Ich hab bloß plus... Plus 6 hab ich nur. So, Unique Item. Enhanced... Per... Per... Was sind Perception? Per-ze-ption. Also... P-E-R-C-I-P-T-I-O-N. Was ist denn das? Oh, das ist ja voll scheiße. Spells are increased 1 Level. 100% Mana Regeneration. Hit-Steals 1% Mana. Minus 15% Mana Kost. Das ist ja mal richtig nutzlos. Müsst du das haben? Nein, oder? Du hast auch keine Magie. Zeig mal. Bisschen Magie hab ich ja. Ich will es aber wieder haben. Voll wieder Müll schon wieder. Warte, jetzt was hast du? Sag ich ja Müll. Willst du Relict of Identify haben? Äh, ne. Will ich nicht haben. So. Ich geh mal da runter. Weil es sind unten ja noch mehr. Unique Items. Ich kann sie riechen. Eine Potion of Healing. Genau, was ich jetzt brauche. Oh ja. Das ist ja so. Das ist doch mal nicht schön. Mit den ganzen Spinnen hier an der Wand. Was für Spinnen, ne? In deinem Zimmer, oder was? Jetzt ist sie weg. Ja, die krabbeln hier so rum. Bei dir auch? Ja. Toll. Kriegen sie sich gleich wieder heim. Aber Mücken hab ich wohl, ist das nicht. Auch erstaunlich. Ja, ich hab' ein knallrotes Gummiboot. Diesem knallroten Gummiboot fahr' ich alle Gegner tot. Oh, ich hab'n Longsword gefunden. Wenn du verstehst, was ich meine. Wirklich? Erklär's mir, ich versteh's nicht. Nein. Ich versteh meine eigenen Witze immer nicht. Das ist das Hauptproblem. Okay, Witze. Ich mach' einfach ein paar rassistische Witze und schon bin ich lustig. Du reißt ein paar Wörter aneinander. Sagen wir's so. Was sind Wörter? Okay, das war's hier. Ich hab' mal wieder alles ganz allein getötet. Ich ganz allein? Was? Wann krieg ich denn mein nächsten Level? Immer noch 100.000. Ach, leck mich doch. Wie viel brauchst du noch? 115. Was? Auf Level 21? Nee, warte mal. Kann ich rechnen. 25.000. Was? 25.000? Nein, Quatsch. 225. Ich hab' mal ein Portal direkt an der Treppe gemacht. Kannst du ja auch mal finden. 250.000. Ich weiß nicht, was es war, aber ich hab's mit einem Schlag getötet. Was ist die Hölle? Muss ja frech sein. Was ich aber schön finde, ist, dass man die Information erst bekommt, wenn man ein paar von den Gegner getötet hat. Was ich scheiße finde, ist, dass man es immer wieder neu machen muss. Was? Oh, was? Komm her, du Mistviewe. Mann, das ist halt hier warm, ey. Also, das geht ja gar nicht. Mach doch mal das Fenster auf. Mach das Fenster auf. Nazi! Mach das Fenster auf, Nazi! Komm schon, sei nicht so rassistisch und mach das Fenster auf Noch mehr viel hier rein Na und? Vielleicht fressen sie dich hier Ich töte die mit einem Schlag Korrupt Order Cool, ich jetzt noch mehr Schlampen Die man beim Schwert voll ficken kann Voll lustig Ich schlage auch immer nur mit einem Schwert zu Deswegen mach ich so viel Damage Hast du ein Portal neben meins gemacht? Bin hier gerade auf Mückenjagd Oder so was Schnakenjagd Es gibt keine Erfahrung, wenn du echte Tiere totschlägst Also lass das Alter, 26,3 Grad Mach doch jetzt Fenster auf Nein Dann drück den Ventilator auf Okay Kann mir diese armen Ossi sehen So nicht mal Ventilator leisten Na ja, nicht jeder so reich sein Im Westen ist das normal, du Spuss hier Der ist ein Boss, komm und hilf mir Oder ein Veteran oder wie auch immer Ein mächtiger Ein farbiges Monster Ein Monster mit einem farbigen und einzigartigen Namen Komm mir ja gleich Nein, bin ich hier fertig Nein, bin ich wirklich fertig Nein, das bezweifeln wir Kann mir gleich sehen Nicht im ganzen Level Nicht im ganzen Level, sag ich Nein, aber ich rede hier vom Champion Oh, jetzt tut es Hallo Ich kann das Cape nicht mitnehmen Oh, ich bin da Ich bin immer viel zu spät Da, ich habe noch einen Gegner für dich übrig gelassen Ah, einen Bogenschützer Holy Watch Ich habe da schon wieder ein Optik-Amulett Moment, das hatte ich schon Was habe ich denn da Ignis Dämonica Plus 18 zu allen Attributen Spells are increased Drei Levels Fasted Heat Recover Extensed Magic Minus 11% Assistenz Lightning Minus 90% Oh, das würde mal Assistenz zu 0 reduzieren So, Minus 18% Klingt aber ganz gut, das Ding Moment, ich überprüfe das noch Hitpoints plus 60 Was ist denn das, ein Amulett oder was? Ring Mehr Schaden Also wenn du den nicht nimmst Ich nehme den vielleicht Nö, ich glaube, den behalte ich Ich verliere zwar 15 Lebenspunkte Und meine restliche Resistenz Aber Alles andere steigt Auch mein Angriff und so Aber du kannst mal ein Altring haben Hitpoints plus 60 Willst du den haben? Hitpoints plus 60 Weiß ich nicht Gibt das auch Damage dazu? Ne, ne? Nein, nur Hitpoint plus 60 Nö, lass mal sein Ich treffe ja immer Okay, jetzt habe ich zwar gar keine Magieresistenz mehr Aber Eine bessere Rüstung habe ich Ey, meine Rüstung Ich habe eine Rüstung weggeworfen Hey, du Arschgesicht Identifiziere dich zu Tode Stirb Kann mir nicht den Angriffsmodus? Moment Hier Oh, jetzt habe ich gerade einen Friendly Fire angemacht Friendly Fire, ja Die will ich ja sowieso nicht haben So, jetzt bin ich noch mächtiger und vernichtender Kannst du auch die haben Taugt die was? Nö Wow, Amor 80 Was? Geile Scheiße 20 Nein, 80 Bei mir steht 80 Ja, ja Fallgefelligst drauf rein Dafür bezahle ich dich Oh, 80 Wirklichen Pär Mach 50.000 Gold Da muss ich erst mal drei Jahre leveln Wo rennst du denn da rum? Full holy water Vollpfosten Kämpfgefälligst Da waren noch keine mehr Nein, da waren keine mehr Nur die zwei Millionen hier noch stehen Da sind Fernkämpfer, das ist für dich Ja, warte, ich schieße von hinten, okay Ich meine, ich sterbe von hinten Ich sterbe auch mal Magieresistenz, das wärs jetzt Hey, Magieresistenz, Feuer hab ich noch Full holy water ist ja lustig Noch nie gehabt Ja, hab ich schon mehr auch gehabt Oder holy water insgesamt Ich hab full holy water Das wird Zeug verkaufen Arm of Absurbation Oh, das League-Item ist jetzt mal sogar 1250 wert Ui Wollen wir nicht übertreiben Ich hab fast 60.000 Oh, ich hab vergessen, was zu reparieren Das gehört wirklich Hallo, good friend Eiknei muss weg Kydra muss weg Dendify Bräu Auch nirgends Tschüss Jetzt hab ich über 60.000 Und wenn ich's reparieren, müsste ich immer noch über 60.000 haben, oder? 60.000, 36, gut Hast du ein Portal direkt neben meins gesetzt? Wahrscheinlich nicht Nicht, dass ich wüsste, oder? Doch, hast du es sogar gemacht Wusste ich doch Wissen Du und Wissen Ach, du weißt doch nicht mal über Wissen Schreibt Lustig Ich bin durch dein Portal gegangen Und bin durch meins wieder Gleich wieder raus Ich brauch mir eh nicht Ich hab da irgendwas aufgesommen Und hab keine Ahnung Durch dein Portal gegangen Scheiße Wie, da kannst du durch mein Portal gehen Ja, weil ich dann Durch meins wieder rausgehe Hab ja keinen Scheiß Du klickst einmal auf meins Und dann klickst du irgendwo anders hin Also nachdem du durchgegangen bist Weil die beiden so dicht standen Wow, einmal 2, 14 zu magic Wow Vor allem, wie viel hab ich denn jetzt? Ich hab irgendwie minus 30 wahrscheinlich Bald zu Nö, nicht mal Minus 27 Damage Typisch Die waren mal da lang Oder warst du hier schon? Da hinten waren noch Gegner Die haben Feuer geworfen Und waren lustig Und haben dich getötet Und du hast geschrieben Das hat mich voll geil gemacht Und ich hab ein Orgasmus bekommen Und bin auch gestorben Vor meinem Orgasmus Nicht von den Gegnern Guck mal auf die Lava Ja Das war eine sehr gute Idee Da hinten lang zu gehen Das sind deine Das sind alles Fancamper Okay Ich hab ja noch voll Holy Water Das hält nur nicht lange Ich schieß mal von hinten irgendwie Ja, probier den her Was sind wir? Immer draufhalten Wie weit gehen meine Pfeile eigentlich? Keine Ahnung Fliegen glaube ich immer noch vorbei Ich weiß auch nicht Ob es deine ist Oder Gegner ist Ich sag mich jetzt Wenn die aus meiner Richtung kommen Dann sind es meine Es ist schwierig auseinanderzuhalten Wenn da 50 Pfeile Durch die Gegend fliegen Ich glaub mal noch ein paar Gegner an Nein Mehr Gegner Hey, lustig Ich glaub, der ist immer gestorben Nicht gestorben Nicht? Ich hab ein Orgasmus bekommen Das ist schon meine Ausrede Such dir eine eigene Okay, da geht's rüber Wahrscheinlich lock ich damit Da jetzt noch mehr Gegner her Pust ist doch Willst du bitte mal sterben Dann können wir jetzt das nächste Nein Nicht da runter Nein Doch da runter Bis also Lieber ist da runter zu gehen Auf die Knie mit euch Schnauze Sonst geht's einfach auf die Plauze Bist du schon Level 21? Doch Ja Bin fast schon Level 22 Mit 50.000 Erfahrungspunkten 54.000 Und du? Also ich bin Ja 20 bin ich auch schon Lauf einfach einmal vorbei Und stell fest, dass ich so gar nicht zu Ich komm Was zu bellen Doch, so komm ich rum Aha Da gehst du rum Ja, jetzt geht's in den Naka Was habt ihr verschissen? Ihr süßer, ihr dummen Platzt mal alle auf hier So Meine Fässer, meine Fässer, meine Fässer Schluckt das, ihr lächerlichen Fässer Schmeckt Stahl, ihr leblosen Gegenstände Ähm, waren wir jetzt Level 12 oder wo waren wir jetzt? 12 12 12 12, so wie meine Freundin 12,5 ne? Was, 12,5 ne? Dann mach ich Schluss mit dir, das ist zu alt Von 8 bis 12 Jahren alles andere ist uninteressant Demnächst kommt die Polizei von mir vorbei und fickt mich wegen Firehit Damage 1 bis 150 Wegen Firehit Damage? Nein, wegen dem Stab, den ich hab und dem ich mal nach 12 Jahren Freundin gezeigt hab Achso Das ist ein langen, harten Stab aus Holz Na, ist mehr Stahl bei mir Ja Ah, hier ist ein Fangcamper, ich bin was für dich Ich komm offen Da schwingt einer so ein großes Sichel Er ist Hänze Er hat schon aber auch nicht gemerkt, dass hier kein Getreide wächst Also jetzt hat sich die Erfahrung nicht geteilt Ich hab noch ein bisschen aufgepasst, als du Gegner getötet hast, so bei Aten Vielleicht, weil die Gegner nicht mit angegriffen hast Könnte sein Was ist da denn getroppt? Ein Skullcap, ne, es ist weiß Es muss mächtig sein, hebe es auf Muss mindestens blau sein Weiß ist unik, oder? Nein, Gold Das ist doch allerhöchstens gelb Ist braun Scheiße, Nazi, was ist die Kiste, Alter? Nicht die töten, die Feuerwaffe töten Wieder auch alle Was? Ich hab schon die Erfahrung verloren Voll jetzt, sag ich mal aufhören Ist schlecht, ist lavi Ach, okay Nur so Gut